So, willkommen wieder zurück. Ja, es war nicht allzu gut gelaufen bis jetzt. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, wir bauen jetzt einmal das Lager aus. Einmalig zumindest. Und das lassen wir jetzt erstmal so. Komm, wir machen noch ein zweites Mal das Lager. So, das kaufen wir 6.000. Jetzt haben wir noch 16.000. Und für 16.000 wird es erstmal ohne Ende Schuhe kaufen. Was haben wir hier? Traktor Pulling Show. We are City News, general information about Traktor Pulling Truck Show, striking tomorrow. Okay. Irgendwas wollen die jetzt oder bieten die uns hier an mit Rabatt. Ich sehe aber hier nichts Rabattmäßiges, was uns derzeitig interessiert. Also, morgen. Jetzt wollen wir aber erstmal Schuhe kaufen. Ach, shit. Jetzt füllen wir erstmal diese wieder auf. So. So. Drei, vier, vier. Zwei, vier und vier. So. Eins, zwei. Fünf, eins, zwei. Fünf, fünf. Eins, zwei. Eins, zwei. Schuhe haben wir gekauft. Jetzt kaufen wir erstmal T-Shirts wieder nach. Acht, acht Stück. Neun. Neun. Acht. 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 Neun. 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 Sechs. Scheiße, ich glaube, so viel Geld haben wir gar nicht. Ja. So. Das heißt, die letzten beiden löschen wir wieder. Immer noch zu viel. So. Ja, ja. Lockout. Keine neuen Mitarbeiter eingestellt. Ah. Kriegst du einen Tag frei? dann hast du ganze drei stunden und zwar auf geht's müssten ja auch bald unsere werbung wir haben schon bestellt leute keine sorge die schuhe jetzt und 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 Okay. Mir ist das jetzt egal, ob wir das jetzt schon woanders da haben oder nicht. Ach, halt doch den Bubble. Ja, kalt mich doch einfach da mal ein. Ernsthaft. Dann verpiss dich doch da. Los, hau ab. Also, ich weiß echt nicht weiter. Jetzt probiere ich erstmal eine Zigarette, weil das ist irgendwie... Sehr kompliziert, muss ich sagen. So. Also, ich sehe, ich muss ohne Ende Schwur bestellen. Ja, leck mich doch am Arsch, ehrlich. So, dann loggen wir uns mal ein. Feeling sick. Also, gar nicht feeling sick. I have to know. I have to know. Ja, ja, ja. Ich doch gerne. Der Herzhaft. So. 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 Acht, neun. Acht. So, wir haben jetzt nur T-Shirts dargestellt. Entschuldigung. Und zwar habe ich das eigentlich so wie vorher schon gehabt. Wir haben keine Schuhe, so eine Scheiße. Scheiße, was sagt man nicht. Ich könnte einfach gerade noch fluchen, ne? Da das nicht so oft geht, wie ich das möchte. So. 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 Jetzt kesseln die mich schon wieder ein. Das ist doch nicht mehr normal. So. 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 doch nicht. Schiff, was drauf? Einfach drauf jetzt. Ich hab die Nase voll. Einfach drauf, die Scheiße. Ich hab die Nase voll. 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 Also irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ich hab die Nase voll. Ich hab die Nase voll. Ich hab die Nase voll. Und auch wenn man im Plus war, bleibt man nicht im Plus. Wir müssen sehen, wie wir weiterkommen. Aber das in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Bis dann.